Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lounge und ciao wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten hier aus der Garnison aufmachen und zwar große Kisten mit Bergungsgutschimpfen sich die einmal. Die gibt es hier über den Missionstisch, wenn man hier dieses schicke Wiederverwertungsgebäude hat. Und irgendwie habe ich jetzt hier ein Gesu hingesetzt, das wollte ich eigentlich nicht. Ich brauche mittlerweile nur noch ein Item vom Hexer-Set und ich hoffe, dass wir das einmal rauskriegen werden. Ich habe jetzt hier insgesamt 20 Kisten, die wir öffnen wollen. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los und drücken mir die Daumen, dass wir die Hose kriegen, beziehungsweise überhaupt mein Item. Ich habe vorhin schon ein paar aufgemacht und da sah es leider schlecht aus, weil ich dann irgendwie zu 90% nur Materialien rausgekriegt habe. Normalerweise, ja. Das Ding ist, ich habe glaube ich maximale Garnisons-Ressourcen, deswegen zeigt es jetzt da teilweise gar nichts an, dass ich kriege. Vielleicht sollte ich die mal ausgeben, wobei eigentlich brauche ich hier Garnisons-Ressourcen für gar nichts. Ob ich jetzt dann 20 Ressourcen oder so kriege, ist eigentlich auch wurscht. 10 Dinge haben wir schon aufgemacht, bis jetzt waren es nur Garnisons-Ressourcen, die ich nicht bekommen habe, weil ich am Cap bin. Warte mal, ich kann es nochmal zeigen. Ich glaube 10.000, ja 10.000 ist Cap. Mehr geht tatsächlich nicht. Und ein paar von den Erzen haben wir bekommen, ne. Rüstungsteil, das bringt mir natürlich auch nichts. Worum habe ich denn jetzt so ein Pech und kriege... Ah, warte mal, da. Da waren die Hosen. Nice, da sind sie einfach. Ich hatte aber den Sound aus. Jetzt haben wir diesen schönen All-the-Things-Sound nicht gehabt. Sehr schön. Jetzt habe ich einmal das komplette Set fertig. Ich glaube, es ist zwar nicht bei Sets drin, ne. Aber zumindest muss ich jetzt hier keine Kisten mehr aufmachen. Und ja, mit dem Hexer sind wir einmal fertig. Ich glaube, mit dem Druid habe ich es auch fertig. Und mit Monk... Was brauche ich jetzt noch für Klassen? Worry, Shami, Schurke, Priester, Parler, Magier, Hunter und Todesritter. Also sind es jetzt noch acht Klassen. Gut, dann... Na gut, DH ist, glaube ich, hier nicht drin. Und Monk hatte ich ja schon gesagt. Welche hatte ich schon... Also ich habe auf jeden Fall den Druid fertig. Den Monk habe ich fertig. Demon Hunter ist nicht drin. Und noch irgendeine andere. Und Hexer halt jetzt, genau. Ja, dann haben wir die Klassen zusammen. Ja, mal gucken, wie es bei den anderen aussieht. Beim Priester brauche ich auch bloß noch die Hosen. Und beim DK ist es, glaube ich, auch nur noch ein Item. Das ist eine Zweiendwaffe. Da muss ich ein bisschen gucken, ob wir da nicht die Dings umstellen müssen. Wisst ihr, die... Na, wie heißt es? Die Loot-Spec. Weil manchmal spackt das ein bisschen rum. Dann kannst du nur in einem Spec das kriegen. Vielleicht nur mit Frost oder Unholy. Je nachdem. Gut, damit sind wir durch mit dem kleinen Opening-Video. Hexer ist auf jeden Fall fertig. Das freut mich. Und ja, wenn ihr wollt, schaut aber im nächsten Mal wieder rein. Da werden wir uns dann die anderen Klassen so ein bisschen angucken. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.